Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. 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 Yeah. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 cie Musik 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 Applaus 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 Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, wir spielen noch ein Stück, das heißt Marmor. Und, äh, wenn es euch gefallen hat, hätten wir natürlich was dabei, was ihr mitnehmen könntet, in Form von LPs und ein paar CDs und eine ganz, 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 ganz neue Single. Seit Freitag gibt's die mit zwei neuen Stückchen. Vielen Dank fürs Kommen. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Dürfen wir noch einen spielen? Das nächste Stück ist auch tatsächlich auf der Single drauf. Die B-Seite. Wir haben das zum ersten Mal gespielt beim Geburtstag von Micha. Und er hat danach gesagt, dass das einfach das traurigste Stück der Welt ist. Und deswegen ist es so toll. Vielen Dank fürs Kommen. Es war sehr schön hier in Hamburg bei euch. Mit euch. Vielen Dank fürs Kommen. Lenny Team. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.